Präzision ist eine meiner Stärken. Es ist wirklich eine Leidenschaft, aber es ist nicht nur viel Spass, es ist auch viel Arbeit dahin. Man muss kompromisslos voll ein Limit geben. Der geringste Fehler wirft einem sofort 10 Plätze zurück. Wenn ich weiss, dass alles stimmt, jedes Detail funktioniert, dann kann ich Gas geben und gewinnen. MotorX, Oil of Switzerland